Musik 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 I think the thing I enjoy most is being creative. My job allows me to create new dishes but also to work with a team. Es macht mir sehr viel leichter, die Arbeit, wenn man sich mit den Kollegen gut versteht, wenn man Spaß hat. Das kommt man gerne zur Arbeit und man hat einfach viel mehr Freude am Job. Dank an die Arbeit mit so vielen Disziplinen, mit so vielen Geografien oder Ländern, denke ich, dass es jeden Tag anders ist und das ist ein Herausforderer, aber das ist das, was ich am meisten liebe. Wenn wir nicht alle arbeiten, in einer Richtung, dann würde der Klienter sehen, also ist das sehr wichtig, das mit dem Team. Ich freue mich noch auf meinem Job, das zu planen und organisieren, damit der Klienter eine Bemerkung ist. Die wichtigste Elemente ist für unser Werk, das ist es sicher, ohne Passage kommt nergens, das ist echt das Beginn von deinem Arbeit. Und das wird bei uns auch sehr gut gestimuliert. Was ich am meisten über meine Arbeit, ist, dass jeder Tag anders ist, als die anderen. Es gibt nicht nur einen Teil des Schrauben, die Beziehungen sind, 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 die Beziehungen sind. Alles muss sich synchronisiert werden, damit es eine gute Erfahrung für jeden von unseren Hohenzollern. Wir leben zusammen! Bis zum nächsten Mal.